das macht er gut jetzt noch übersteigen versucht sich den rücken zu holen dass der käfig jetzt im weg ok kommen wir zurück zum kampf schön zweimal jab und der high kick und aber gleich wieder jetzt geht er auf die guillotine der sieger und somit deutscher meister der gemacht 20 22 im leichtgewicht bis 70,3 kilogramm durch einstimmigen punktentscheid aus der blauen ecke